Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver. Wir wollen das erste Mal auf eine Wasserroute heute gehen. Und ja, dafür haben wir schon im letzten Part die Vorbereitungen getroffen. Denn wir müssen zur Nachbarstadt, um etwas zu holen. Ich glaube Medizin zu holen für ein Ampharos, was im Leuchtturm ja momentan krank ist. Und erst dann können wir auch hier in Oliviana City die Arena machen. Hier erwarten uns jetzt ein, zwei, zwei Routen erwarten uns. Plus noch die Strudelinsel. Und dann sind wir in Anemonia City. Dafür habe ich jetzt erstmal einen VRM-Sklaven dabei. Das darf ich ja laut den Regeln. Den darf ich aber nicht im Kampf einsetzen. Dementsprechend ein Pokémon weniger. Es ist momentan... Wer ist denn eigentlich gerade auf der Box? Gute Frage, wen habe ich denn auf die Box getan? Ah, Zoro. Zoro ist auf der Box. Stimmt, stimmt. Unser Pflanzentyp fehlt. Naja, dann wollen wir mal loslegen. Hier natürlich im Wasser haben wir auch Chancen auf ein Pokémon. Dementsprechend werde ich das auch relativ zeitnah in Anspruch nehmen. Aber erstmal wollen wir den Trainer besiegen. Ich habe auch ein bisschen Schutz dabei. Aber auch jetzt nicht so viel Schutz. Das war das bisschen Schutz, was ich letztens neu gekauft habe. Weil ich mir so dachte, ja, vielleicht brauche ich das ein bisschen mal. Uh, Quappo. Uh, der, 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 der ist... Ui, je, je, je. Vor dem muss ich jetzt Angst haben. Hm. Vor dem muss ich richtig dolle Angst haben. Der kann reinhauen. Der kann richtig reinhauen. Ähm, ich gehe zu Bonzo. Ähm, weil, 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 weil. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir die Arena relativ schnell machen können. Und dann dachte ich, ja komm, kaufe ich nur ein paar Superschutz, weil dann habe ich eh Top-Schutz. Ja, gut, jetzt kann ich das Superschutz dann doch gebrauchen. So, ich bin jetzt zu... Äh, zu, zu, zu Bonzo rübergegangen. Und das macht nur wenig Schaden. Ein Glück. Quappo war auch verantwortlich für den ersten Tod in meiner Perl, wenn du mal so nass lock. Und es ist... Man darf es nicht unterschätzen. Wasserkampf. Dementsprechend, ja. Gut, Duplex-Sieb macht jetzt rein gar nichts. Und ich dachte, ja gut, Bonzo ist jetzt der Beste dafür. Ich hätte auch bei Hannes bleiben können. Aber, mhm, mhm, da wäre die Kampfattacke auch normal, effektiv. Ah, mit Bonzo war schon die richtige Entscheidung. Und es hat was gebracht, das merkt man ja auf jeden Fall. Level 22 für Bonzo. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Unser, also unser Zoro wäre nämlich jetzt nämlich nicht da gewesen. Sonst wäre das ein Kandidat für Zoro gewesen. Okay, jetzt kommt ein Sondama. Hm? So ist halt nicht da. Ich probiere es mit Bonzo. Weil Bonattacken auf Bonzo sind nicht wirksam. Wir haben leider keine Stahlattacke. Da muss ich das jetzt irgendwie mit Sondersensor hinkriegen. Sonst normale Attacken kannst du gerne machen. Nicht sehr effektiv. Macht kaum Schaden. Da, ja. Passt das da an sich. Ja, komm. Ich bin sehr zufrieden mit Sondersensor. Sehr, sehr zufrieden. Da merkt man, Bonzo ist eine Maschine. Oder kann eine Maschine sein, wenn wir die richtigen Gegner haben. Und die richtigen Attacken. Okay. Das zweite Pokémon besiegt, hast du noch ein drittes oder war es das? Wenn es das war, dann können wir ja zum wilden Pokémon übergehen. Das können wir auch. Sehr, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was dann, ja, gleich erscheinen wird. Wen packe ich nach vorne? Äh, wer hatte noch... Irgendwer hatte doch... Gena. Gena hatte Hannes, richtig? Hannes hatte Gena. Genau. Dann bleiben wir mal bei Hannes. Und ziehen mal sofort weiter. Da wäre die nächste Trainerin. Aber erstmal das wilde Pokémon. Da bin ich jetzt so gespannt drauf. Und es ist... Ninjas. Hm. Hm. Nicht der Burner. Wir haben noch Platz auf der Backup-Box. Aber ganz ehrlich. Ninjas ist jetzt so ein Käfer-Pokémon. Käfer-Flug wahrscheinlich. Weil es auch Flüge hat. Und nicht gerade so sonderlich stark, würde ich schätzen. Hm, hm. Ähm. Wir flüchten hier. Flucht gescheitert. Ah, toll. Weil Hannes geringere Initiative als das Ninjas hat. Na, klasse. Ah. Tempo sch... Ja, jetzt hat es eine extrem hohe Initiative. Ich gehe mal zu Pika rüber. Wir wissen, was bei Willem-Pokémon mal passieren kann. Siehe Bonita. Ich hoffe mal, Johannes' Initiative reicht aus, jetzt hier zu flüchten. Weil das Ninjas... Nee, 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 nee. Ach, das scheitert. Ach, du Heiliger. Ähm, okay. Ich könnte bei Johannes bleiben. Aber Johannes' Verteidigung ist stark gesenkt. Sein Angriff ist stark erhöht. Ähm. Der könnte uns killen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen. Der könnte einen nach dem anderen killen. Ich muss auf jeden Fall erstmal wechseln. Okay, ich greife mit Glut erstmal an. Und ich will ihn nicht fangen. Aber hat er überhaupt noch irgendwie Angriffsattacken? Der macht ja nur, äh, Schwertanz oder irgendwas, um seine Initiative zu erhöhen. Oder meine Verteidigung zu erhöhen. Aber ich bleibe dabei, ich werde es nicht fangen. Weil wenn er keine Angriffsattacken hat, bringt das eh nichts. Würde ich nur einen Namen verschwenden dafür. Und das ist, na, nee, nee, nee. Aber ich bin überrascht, dass es auf Level 25 ist. Das macht mir Angst. Weil dann bringt mein Superschutz nichts. Naja, naja, gucken wir mal, gucken wir mal. Trainieren wir, oder kämpfen wir gegen die nächste Trainerin. Ich hab so ein Kratzen im Hals. Hab ich vorhin verschluckt? Und seitdem ein Kratzen im Hals. Das ist sehr, sehr doof. Ah. So, Mouchas. Na komm, da können wir zu Johannes. Aber ja. Auch die Trainer-Pokémon sind nicht gerade schlecht. Aber trotzdem verwundert mich, Level 25 wird es Pokémon? Ach, ja, ist das dein Ernst? Johannes, komm. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Ah, ja, ja, ja. Das ist schon ordentlich an, was es macht. Aber Mouchas ist doch nicht stark. Ich versuche jetzt nochmal anzugreifen. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann... ...muss ich wechseln. Warum so viel... ...muss ich wechseln. gemacht. Zu wen gehe ich? Hannes. Obwohl Hannes wegen Eis-Dings. Eis ist gegen Hannes nicht gut. Okay, es passt, es passt. Macht sogar weniger Schaden als bei Johannes. Ach du Heilige. Von Moushas so zerstört zu werden. Schäm dich Johannes. Schäm dich. Immer ganz ehrlich. Du brauchst dringend eine bessere Attacke und dann auch mal ein bisschen Glück. Eieieiei. Und Hannes killt ihn mit einem Hit. Ach du Heilige. Obwohl es keinen Step-Bonus hat. Muss man dazu auch noch sagen. Gut, ich weiß jetzt nicht wie viel Donnerstock, wie viel Schaden das gemacht hätte, aber ich wette, wir hätten ihn nicht mit einem Hit bekommen. Ich werde erstmal kurz im Pokémon Center zurück schwimmen. So, ich probiere jetzt einfach trotzdem mal den Superschutz aus. Wir haben drei Stück davon. Mal gucken, ob es was bringt. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sonst war es Geldverschwendung. Okay, ja, haben wir ein Item. Hm, na. Ich wollte gerade mich freuen, aber, äh, pflücker. Es ist eine Flugattacke. Rein theoretisch könnte ich das Böni beibringen, damit er endlich mal eine Flugattacke hat. Aber, ja. Der liebe Baun hat mir auch schon geschrieben, dass, äh, Böni sowieso nicht so viele Attacken erlernen kann. Äh, dass ich da enttäuscht sein werde, würde ich das, äh, da mal nachgucken oder so. Ähm, sagen wir erst mal so, die Attacken, die Böni momentan hat, ich bin damit sehr zufrieden. Und? Stärke 60 ist gar nicht schlecht. Aber Böni kann die nicht mehr erlernen. Okay, jetzt weiß ich, was Böni damit meint. Ha. Okay, kommen wir mal weiter. Okay, und es kommt natürlich immer noch wilder Pokémon vor. Ich hab jetzt mal Johannes auf die Eins gepackt, sodass wir vielleicht die Chance haben zu fliehen. Das wäre sehr freundlich. Danke, 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 danke. Okay, nächster Trainer. Ich merke aber schon, dass, äh, die Wasserroute doch schon an meinen Nerven eventuell zerren wird. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Weil andauernd wilder Pokémon. Ich liebe ja sowas. So, Tangela. Ja, gut. Da wechsle ich direkt mal zu, ähm, Splatcast. Genau. Normalerweise würden hier, ähm, Wasser Pokémon zum großen Teil auf uns treffen. Aber, nö, nicht in der Randomizer. Ist vielleicht auch besser so. Weil gegen Wasser Pokémon hätten wir an sich nur momentan Johannes und Zoro ist auf der, äh, Box halt. Ah, sehr schön. Schön gemacht, Splatcast. Böni wäre nutzlos gegen Wasser. Splatcast auch nutzlos. Und Hannes wäre noch ganz normal. Also mit Hannes könnte man dann auch noch was machen. Und wen haben wir noch? Hab ich, um wen vergessen? Bestimmt. Ich hab da irgendwen vergessen. Wen haben wir noch im Team? Bonzo, genau. Ja, gut. Bonzo könnte ich auch gegen Wasser Pokémon einsetzen. So, ich werde aber erstmal bei Splatcast bleiben, um das Karpels schnell noch zu besiegen. Level 19. Also, die Willen Pokémon sind hier deutlich stärker als die Trainer Pokémon bisher. Was? Wovon ich selber immer nicht zum Fan bin. Sind nicht die Trainer normalerweise die Stärkeren? Lutz ruft an. War Lutz irgendwer, der wichtig ist? Ich weiß es nicht. Lutz, Lutz. Ne, Lutz. Lutz doch nicht, oder? Ich geh mal ran. Guten Tag. Äh, ja, dir geht's gut. Ja, Pokémon-Liga, ja. Ja. Ich bin, äh. Einfach nur Zeitverschwendung. Nein, meine Mutter will sowas noch nicht anrufen. Nein, auf keinen Fall. Ähm. So, hier, Medizintasche. Warte, wenn, hätte ich meine Mutter angerufen, hätte ich dann das so umstellen können, dass sie Geld sammelt oder Geld nicht sammelt? Dass ein Teil an ihr überschrieben wird, damit sie erspart. Sonst wäre ja damals mein, 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 meine Aktion, als ich zur Mutter gelaufen bin, um das, äh, zu unterbinden. Wäre ja ein bisschen umsonst sonst gewesen. Naja. Gut. Das ist hier auch noch ein Trainer. Den habe ich einfach mal von hinten angequatscht. Und der will uns auch noch mal drei Pokémon präsentieren. Oh, ein Enikoro. Ein sehr unterschätztes Pokémon, meiner Meinung nach. Wir hatten es in der Paragrandomizer Nasslock. Und es ist wirklich, also ich habe es extrem unterschätzt. Sagen wir es mal so, extrem unterschätzt. Denn es hat einen super Job gemacht, bis es gegen ein Iso gekämpft hat. Oder schon wohin genau? Ich glaube, es war noch ein Iso. Und, äh, unser Enikoro hatte nämlich die Fähigkeit, dass jegliche Attacken, die es einsetzt, zu normalen Attacken werden. Und das war schon mega nice, weil ich konnte Koro, so habe ich das damals genannt, ähm, wirklich jegliche Attacke beibringen. Es war halt, sehr, äh, ja, äh, hatte Stepbonus, meinte ich. So meinte ich das. Und das war schon, na, hat schon richtig gut reingehauen. So, ging. Äh, also sehr effektive Attacken habe ich, hätte ich jetzt mit Spedcast gehabt, aber ich dachte mir, gut, es setzt normale Attacken ein. Es ist ein normal Pokémon. Da kann ich so ruhig nach vorne packen, weil die normalen Attacken dann nicht so effektiv sind. Aber, nervig. Nervig. Ich hasse solche Attacken, die halt mehrmals eingesetzt werden können. Aber, Enikoro ist weg. Wie gesagt, hat hohes Potenzial, dieses Pokémon. Mann. So, Draschel. Oh, der war doch Drache, oder nicht? Uh, was können wir gegen Draschel einsetzen? Hatte er auch noch einen zweiten Typ? Ich glaube nicht, erst später. Äh, zu Butterlander kriegst du dann den Flugtyp. Ähm, müssen wir aufpassen. Ich bleibe mal bei Bronzo. Wenn ich das jetzt nicht verwechseln. Ne, genau, das meine ich. Das, an das habe ich gedacht. Gut. Habe ich mich jetzt hier nicht blamiert. Ah, Kopfnuss ist ja süß. Ist ja schön. Aber, Bronzo setzt, äh, schreckt zurück. Diese Kopfnuss, die erinnert mich an Bonita. Ich habe, äh, in der Zwischenzeit, seitdem ich die letzten Parts wieder aufgenommen habe, oder die letzten zwei Parts, also, habe ich auch wieder viel drüber nachgedacht. Ey, wie unnötig der Tod von Bonita war. Weil ich halt auch den Part jetzt in den letzten Tagen geschnitten habe und auch, ähm, Subney gemacht habe und, ey, so unnötig. Genauso wie Fins tot und 17 plus tot. Ah. Ja, ich trauere den Toten hinterher. Naja. Oh, Wieser Floor. Nice. Ja, gut. Dann, Splitty. Können wir was hier? Mir fehlen immer noch Flugattacken. Ich hoffe ja, dass wir bald mal endlich die VL fliegen bekommen. Weil dann haben wir eine schöne Flugattacke, die ich jedem Flugpunkt mal so gut wie beibringen kann. Ich hoffe mal, Boni auch. Sonst, äh, Hannes. Hannes kriegt natürlich dann auch Fliegen. Ich denke mal, wenn das beide erlernen können, dann bringe ich das auch eventuell bei. Falls Boni mal nicht kann, dass ich zu Hannes gehen kann, um Fliegen einzusetzen. Oder wenn Hannes mal nicht kann, dass ich zu Boni gehen kann, um Fliegen einzusetzen. Aber jetzt, wo schon Pflücker nicht so ging, ja. Ja, obwohl Fliegen doch, das sollte doch möglich sein. Hoffe ich und denke ich. Okay, wir sehen den Pokémon gerade aus. Ja, ich bin zufrieden. Gehen wir mal weiter. Hier sind doch bestimmt noch weitere Trainer. Ah, der Weg teilt sich. Und hier ist Route 41. Ich schippe erstmal noch ein bisschen auf Route 40 herum. Aber hier teilt sich halt der Weg. Kämpfen wir erstmal gegen den Trainer. Obwohl, äh, die Stadt, die andere Stadt ist ja im Westen. Bedeutet, ich gucke erstmal hier im Osten nach. Aber sobald wir dann auf ein Wildes Pokémon treffen, ist es halt, ja, unser Encounter. Aber bis jetzt habe ich noch kein weiteres Wildes Pokémon gesehen. Vielleicht bringt ja Superschutz doch ein bisschen was. Dass nur selten halt mal Pokémon vorkommen. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt so Johannes vorne habe. Dann los geht's. Ne, naja. Nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Dann muss ich halt eine Runde warten und dann können wir halt andere. Ist Elektro gegen Käfer nicht sehr effektiv? Ernsthaft? Okay. Aber dennoch hätte ich mit Märsch. Also da merkt man, wie wenig Schaden es macht. Und mein Kabel ist untergefallen, ist nicht so schlimm. Hetzet hat in diesem Elan, das reicht. Ähm. Erinnert euch zurück an, äh, vorhin zurück an Hannes, der angegriffen hat. Es war auch normal effektiv. Attacke hatte keinen Step-Bonus. Gegner war besiegt. Hier. Ja, haben auch normal effektiv. Step-Bonus und. Ja, alles. Du brauchst eine bessere Elektro-Attacke immer noch. Ähm. Ja, was machen wir? Was machen wir? Wir haben keine Gesteinsattacken. Wir könnten... Ich gehe zu Spadcast rüber. Feuer ist sehr effektiv. Nur mit Johannes, das dauert mir jetzt zu lange. Das dauert ja eindeutig zu lange. Jetzt darf natürlich keine Verwirrung oder so auftreten. Danke. Ich glaube, wäre Johannes nicht unser Starter gewesen. Kann sein, dass ich es schon längst auf die Backup-Box getan hätte. Kann durchaus möglich sein. Andreas ist ja auf der Backup-Box auch noch, unser Blitzer. Äh. Wer weiß, vielleicht wäre Andreas das bessere Elektro-Pokémon gewesen. Naja. Naja. Uh. Konfu-Strahl? Äh. Was haben... Was hast du denn so für Attacken? Ne, ganz ehrlich. Die Attacken, die du gerade hast, die finde ich doch ganz gut. Das soll ruhig so erstmal bleiben. Eine bessere Feuerattacke wäre nicht schlecht gewesen. Aber naja. Chorus-Zon. Ist das nicht auch ein Wasser-Pokémon? Ich... Ich guck mal. Ich guck mal. Ich glaube, das ist auch ein Wasser-Pokémon. Ja, doch. Auf jeden Fall. Donnerschack. Los geht's. Wir greifen als erstes an. Sehr, sehr schön. Na, immerhin die Hälfte. Immerhin die Hälfte. Also... Ah. Wann ist Johannes nächster Level-Aufstieg? Dauert noch ein paar Level. Nur hat mich verwundert, dass wir halt auch bisher keine weitere Elektro-Attacke bekommen haben. So. Donnerschack ist die Attacke, die wir von Anfang an hatten. Sui Kuhne. Was ist das für ein Typ? Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Weil ich mich mit diesem Pokémon, Raikou, Sui Kuhne und das andere Vieh überhaupt nicht auskenne. Kann sein, dass ich das schon mal reingeguckt habe. Es ist Typ Wasser. Johannes? Deine Mission. Nein, nicht Böni. Deine Mission, Johannes. Mach es gut. Es wird aber ein sehr harter Bocken. Aber es ist vier Level unter uns. Ich fange an mit Donnerwelle. Wir greifen als erstes so an. Sehr, sehr schön. Danach würde ich sagen... Machen wir Bitterkuss? Damit es zusätzlich noch verwirrt ist. Die Attacken sollten hoffentlich nicht so viel abziehen. Sie sind schließlich nicht... Sie sind normal effektiv. Und mit Johannes, das kann ich sofort vergessen. Hannes? Ich guck mal, wie es bei dir aussieht. Okay, sehr schön. Paralise wirkt. Und... Gut, Gena kann ich jetzt nicht machen. Scham macht keinen Sinn. Gehen wir auf Sondersensor. Leider haben wir jetzt keinen Vergleichswert mit Johannes halt. Weil ich mit Johannes noch nicht angegriffen habe. Uh, Regentanz. Das ist natürlich schlau von dir. Weil dadurch kann es halt stärker angreifen. Oh, sehr schön. Flinkt klauer. Aber Hannes wäre eh schneller gewesen, glaube ich. Ja, doch auf jeden Fall. Auch gerade wegen der Paralyse. So, zwei Hits braucht es noch. Uh, es geht jetzt so physisch auf uns los. Aber warum? Warum bis? Du hast doch Regentanz extra gemacht. Aber naja, meinetwegen. Vielleicht hat es sich durch eine physische Attacke etwas ein bisschen erhofft. Aber, ja gut. Er verschenkt dir jetzt das Potenzial. Soll mir recht sein. Hannes, hast du gut gemacht. Oh, ich hate hier so Johannes. Es tut mir leid, aber er ist nutzlos. Er ist so nutzlos. Wird schnell. Ja, kriegt schnell. Und ich eine drauf. Er lernt keine Attacken, keine guten. Ich habe ja schon häufig mal so spekuliert, ob ich mal nachgucken sollte, wann er mal Attacken kriegt. Oder? Wo habe ich das? Ne, ich habe mal so gesagt, ich könnte ja mal nachgucken, wann er sich entwickelt. Und dann habe ich ja gesehen, wann er sich entwickelt. Und zwar durch Freundschaft. Ich habe jetzt keine Lust zurückzurennen. Ich setze einen Trank ein. Und zwar haben wir hier einen Super... Nein, kein KP Plus. Super Trank. Die ganzen Drogen hier, die setze ich dann später ein, wenn, 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 wenn wir bei der Pokémon-Liga sind. Da werden wir sie dann brauchen. Aber ich gucke jetzt einfach mal auf die Attacken von Johannes. vorher erst mal noch den Kampfbeginn natürlich. Ähm... Pikachu. Und wir sind in der vierten Gen gerade. So, erst mal hier. Oh, ne, 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 ne. Aber was ist denn das für ein Typ? Ist das nicht Käfer? Ich will das jetzt gerade gar nicht. Ich will trotzdem mal Böni einsetzen. So, durch Levelaufstieg. Donnerstag von ersten Level an. Die nächste Attacke... Oh, ist schon bald. Und zwar auf Level 26. Donnerblitz. Und Johannes ist gerade... Welches Level? 24. Noch zwei Level. Dann erlernt es endlich eine neue Attacke. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und ich will jetzt mal hier mal den... Ja, ich will es einfach mal ein bisschen ausprobieren, Schaufler. Durch TM kannst du halt auch ganz gute Attacken erlernen. Aber, aber sowas wie, ähm... Sag schon, sag schon, sag schon. Funkensprung erlernt Johannes nicht. Das ist nicht sehr... Okay, vielleicht habe ich... Ich habe hier, glaube ich, gerade ein bisschen was falsch mit Böni gemacht. Ich hätte Böni nicht einsetzen dürfen, glaube ich. Ah, Spadgas hat mir schon zu wenig Kp. Geowurf? Ne, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil wegen Hannes so... Dachte ich... Ah... Ich probiere trotzdem noch mal. Ich probiere es trotzdem noch weiter mit Schaufler. Auch als TM gibt es das gar nicht. Punkensprung. Okay. Ah, warte. Geowurf ist... Ist das... Ne, das ist eine Kampfattacke, richtig? Wäre gegen Hannes wiederum normal effektiv. Ich probiere mal jetzt trotzdem mal Gift-Tipp aus. Ob wir ihn vielleicht vergiften können? Ne, leider nicht. Aber... Komm, Böni kriegt das hin. Böni kriegt das hin. Ich habe jetzt keine Lust, hier zu wechseln. Und auch keine Lust, das Risiko einzugehen. Oh, jetzt wäre eigentlich ein... Ja, eine Vergiftung nicht schlecht gewesen. Aber nicht so schlimm. So, es sieht so aus. Als würden wir dann im nächsten Part den Encounter hier holen. Ja, ist mir recht. Ist mir recht. Und... Dann hoffen wir mal, dass Johannes... Oh. Kommt noch ein Punkt, Mann. Ja, mein. Dass Johannes bald dann sein Level abkriegt. Hippopotatus, wie auch immer. Ähm. Hm. Ich gehe mal zu Hannes. Gestein könnte gefährlich werden. Falls er Gesteinsattacken hat. Weiß ich jetzt nicht. Aber die Brunenattacken sind schon mal nicht wirksam. Ach, der hat noch zwei weitere Poggen. Ach so. Ach so. Nur hier an dieser Stelle fehlt halt... Komplett... Äh, Zoro. Vielleicht werde ich Zoro zum nächsten Part mal wieder... Äh, reinnehmen ins Team. Ich werde auf jeden Fall aufs Gehen zum... Zum Pokécenter laufen. Und dann gucke ich mir nochmal... Die Level an. Und dann dementsprechend... Ja, gucke ich, ob Zoro wieder ins Team kommt... Und jemand anderes rausgeht. Wenn ja, dann werdet ihr natürlich dann... Im nächsten Part direkt am Anfang davon erfahren. Denn ich werde dann den Part hier dann... Weiter machen, wo wir gerade aufgehört haben. Und falls ich aufs Gehen irgendwie... Ein Pokémon antreffen sollte... Auf der neuen Route... Dann wird das dementsprechend... Am Anfang des nächsten Parts direkt reingeschnitten. Ja, Johannes schläft jetzt. Ist nicht so schlimm. Ach, Togepi. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Komm, Johannes. Ich verwechsel mal Togepi und Togetik. Togetik ist die erste Entwicklungsstufe? Ne, Togepi ist ja die erste Entwicklungsstufe. Achso. Ja, gut. Dann... Ist natürlich der Wechsel jetzt auf... Äh, Johannes nicht gerade so klug gewesen. Aber... Ja, es ist die erste Entwicklungsstufe. Das sollte jetzt machbar sein, denke ich. Hoffe ich. Hoffe ich. Ja. Oh, es setzt Metronomen ein. Da kann alles kommen. Tempoheap. Okay. Wäre möglich, dass das Togepi dadurch... äh, panisiert wird. Aber... Ja. Sieht ganz gut aus für Johannes. Aber... Es wird eh nicht so viel der IP kriegen. Das ist klar. Uh. Okay. Was war das? Thornkanone? Keine Ahnung, was das für eine Attacke war. Die kenne ich nicht. Ah, der Sandstorm hat es nicht getan. Naja, nicht so schlimm. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Im nächsten Part geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin. Und tschüss. 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 Vielen Dank.